Hockey ist Weltklasse und als neuer Herrn Bundestrainer unterstütze ich das einmalige Filmprojekt Ecke Schuss Gold. So können wir gemeinsam der Welt zeigen, wie geil Hockey ist. Mein Name ist Valentin Altburg, ich bin 34 Jahre alt und arbeite seit über 10 Jahren als Hockeytrainer für den Deutschen Hockeybund und bin seit ganz kurzer Zeit der neue Bundestrainer. Ich freue mich nicht darüber, Bundestrainer zu sein, sondern wenn, dann freue ich mich darüber, als Bundestrainer erfolgreich zu sein. Also ich glaube schon, dass man nicht unterschätzen darf, dass es eine neue Dynamik auf jeden Fall geben wird. Ich nehme es im Moment so wahr, dass es etwas ist, was aus der Mannschaft heraus auch sehr gewünscht ist, also auf eine eigene positive Resonanz stößt, nämlich so das Gefühl, nochmal auch ganz neue Impulse zu bekommen. Und für mich wird es ja das erste Mal sein, dass ich auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele diese Jungs als Bundestrainer kennenlerne und meinen Eindruck anfange zu bilden. Und das wird schon auch für alle Beteiligten ein sehr intensiver Prozess werden. Denn da ist jetzt keiner mehr gesetzt, auch wenn es vielleicht vorher aufgrund der Vergangenheit mal so gewesen ist. Und das wird in den nächsten Monaten auch nicht immer ganz einfach werden. Also es gibt für mich eigentlich da auch nichts Schlimmeres, als zweimal gegen dieselben zu verlieren. Also wenn das mal passiert ist, dann lässt mich das eigentlich auch nicht schlafen, bis das dann auch nicht wieder verändert wurde, diese Situation. Und das ist eigentlich etwas, was mich völlig unabhängig, jetzt ehrlich gesagt, ob Nationalmannschaft oder Siedler von Katan, mich immer wieder dazu anreist, also ich kann auch keine Brettspiele spielen, ohne nicht zu gewinnen. Und wenn ich nicht gewinne, dann ist der Abend auch scheiße. Wir brauchen finanzielle Unterstützung, damit der Film überhaupt gedreht werden kann. Legt ein paar Schippen drauf. So werden wir es mit der Mannschaft auch machen. Auf www.startnext.com kannst du einen Teil dazu beitragen, dass Ecke Schuss Gold Hockey in Deutschland populär macht.